Heino trauert um Ehefrau Hannelore, und er ist nicht allein. Auch Florian Silbereisen meldete sich mit herzzerreißenden Zeilen zu ihrem Tod zu Wort. Florian Silbereisen – Bewegende Worte für Heinos Frau Hannelore, 81 Es waren traurige Nachrichten. Heino, 84, muss den Verlust seiner geliebten Ehefrau Hannelore verkraften, die laut Bild bereits am 8. November im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Die Zeitung will erfahren haben, dass ein plötzlicher Herzstillstand zum Tod geführt hat, am 15. November soll Hannelore bereits im kleinem Kreis in Kitzbühel beerdigt worden sein. Doch nicht nur der Musiker trauert, sondern mit ihm viele Fans und Promis. Nachdem sich Florian Silbereisen, 42, bereits vor einigen Tagen mit hoffnungsvollen Worten gemeldet und erklärt hatte, für Hannelore zu beten, widmete er ihr im Netz nun berührende Zeilen. Hannelore war für uns alle wie eine Mutter. Bei Instagram teilte Florian Silbereisen ein gemeinsames Foto von sich und Hannelore, und schrieb, Ich bin sehr, sehr traurig. Weiter heißt es von dem Schlagerstar. Hannelore war für uns alle ein bisschen wie eine Mutter. Sie hat sich stets um alle gekümmert. Es war nie langweilig mit ihr. Sie hatte immer die verrücktesten Ideen. Nun wird es im Himmel ein bisschen lustiger werden. Mehrfach hatte Hannelore zusammen mit Ehemann Heino bei Florian Silbereisen auf der Bühne gestanden, den Showmaster und das Paar verbannt offenbar eine Freundschaft. Gegenüber Bild hatte der 42-Jährige vor wenigen Tagen eine bewegende Erinnerung geteilt und erklärt, Vor meiner allerersten Samstagabendshow hat Hannelore mir ein Pater Pio Medaillon geschenkt, das ich seitdem immer bei mir habe. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft. – – Vielen Dank.